Außenminister Michael Linhardt besucht ab heute Donnerstag die zentralasiatischen Länder Kyrgyzstan, Tatschikistan, Turkmenistan und Usbekistan. Im Fokus der Treffen mit Regierungsvertretern wird die Lage in Afghanistan stehen. Schließlich grenzen drei dieser Länder an Afghanistan, wo nach dem Rückzug der USA die radikal-islamistischen Taliban das Sagen haben. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau bilateraler Wirtschaftsbeziehungen. Linhardt wird bei seiner sechstägigen Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet und wird unter anderem Termine im Rahmen des vom Außenministerium propagierten Corona-Wiederaufbauprogramm Refocus Austria wahrnehmen. Bereits bei einem Besuch in Katar hatte Linhardt Ende Oktober davor gewarnt, dass Afghanistan zum sicherheitspolitischen Schwarzen Loch wird, zum Hort und gleichzeitig Exporteur des internationalen Terrorismus. Daher sei es besonders wichtig, mit den Staaten der Region eng zusammenzuarbeiten und gemeinsam Druck auf die Taliban aufzubauen, so Linhardt. Im Vorfeld der Reise meinte der Außenminister auch, dass die unmittelbaren Nachbarn Afghanistans eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Krise spielen. Seine Reise in die zentralasiatischen Staaten ist daher ein Ausdruck der Solidarität und ein Angebot zur Zusammenarbeit im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, das organisierte Verbrechen und den Menschenhandel. Damit möchte er auch verdeutlichen, dass man weder den Menschen in Afghanistan noch den zentralasiatischen Partnern den Rücken zukehren werde. Zudem sollen auf der gesamten Reise des Außenministers Hintergrundgespräche mit Vertreterinnen und Vertretern internationaler Organisationen und NGOs dazu beitragen, die Krise in Afghanistan aus einem weiteren Blickwinkel zu betrachten.